ja hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder und wir sind hier mit den ula boys in dem kraftwerk gewesen hatten danach noch einen kleinen aufschlug mit einem flugzeug gemacht das sind hier meine ulas und ich muss kurz mal auf die karte gucken wir würden uns noch informieren was wir als nächstes denn tun können und dazu müssen jetzt erstmal schauen was es ja gibt wir könnten auch hier die für den geheimdienst was machen dann haben wir hier noch pläne da könnten wir hier eigentlich noch ein bisschen das haben wir schon gemacht das haben wir hier gruppenmissionen gas krisen diese ula boys und ich ein bisschen komisch unentdeckte siedlung was sind das für grüne punkte da das heißt das ist die grünen punkte da legende grüne punkte sind objekte ok was gibt es noch offshore bohrense kommunikationsvorposten städte dörfer militärhafen mit ihr flughäfen armeestützpunkt militärflughafen armeestützpunkt habe ich da nichts in der gegend da vorne ist ein armeestützpunkt aber kein militärflughafen nicht da ist ein marinehafen ein dorf und ansonsten sieht es da eher mau aus mit so militärsachen wir wollten dinge an an windräder heften jetzt muss ich aber erstmal wieder diese windräder finden und hier waren doch irgendwo hubschrauber oder wenn ich mich noch was ist jetzt eigentlich mit den sachen sind die alle feindlich also wenn ich die zerstöre bringt das dann punkte aber ich habe doch das hier eingenommen oder nicht oder wie ist das jetzt oder unterlege ich da einer fehlen formation sonst kann ich das ja hier alles kaputt machen so da hinten wollte ich zu dem hubschrauber genau das wollte ich ich wollte zwar mit mehr style hin aber so geht das schon also auf geht's scorpio rein da und auf in die lüfte das hat das letzte mal schon nicht sonderlich gut geklappt so gucken ob es diesmal hinhaut da geht auch schon die sonne auf genau da war der komische zeppelin da so waren denn eigentlich die waren da wo ich am anfang war da waren diese windräder müssen wir mal gucken ich bin jetzt mal hier lang vielleicht gibt es da auch noch irgendwas das fliegt irgendwo wo ist das flugzeug da ist ein flugzeug an mir vorbeigeflogen das flugzeug fliegt sich wirklich gut aber hier diese rubschrauber ist wirklich mehr als das flugzeug ein schönes flugzeug da hinten nachher da war diese raketen basis da sind berglandschaften da unten da hat es nichts oder bin ich denn hier haben wir mal gerade auf da unentdecktes dorf unentdeckte ansiedlung aber da ist doch an dem militärstützpunkt da ist doch irgendwie ja da ist wahrscheinlich die raketen basis das ist das wo ich letztes mal war oder soll man da mal was auseinander nehmen ich wollte doch eigentlich diese komischen dinger finden diese naja also wenn ich mal windräder sehe dann werde ich da auf jeden fall irgendwie entgegenknallen aber erst mal welche finden wo setzt das flugzeug schon wieder hin fliegt ständig in den flugzeug und ich sehe es nicht was ist denn das da unten überhaupt was ist denn das da das ist so irgendein Dorf oder was ich muss sagen hoch drauf liegen ist eher ziemlich öde so ein flugzeug oder so gefiel mir da deutlich besser das ist eine brücke oder ist es eine landebahn schau mal vielleicht jetzt ein flieger oder was ich spring mal ab einen loslassen oder ist es auch wirklich nur eine brücke und dann bin ich jetzt da ja gerne ohne ganz ohne mittel das ist eine pyramide ne ok es scheint nur eine brücke für eine straße gewesen zu sein Mist aber auch da kann ich da was zerstören hat es hier irgendwas tolles da hat es nicht mal autos oder da fährt so eine miliz kolonial solung das ist ein kernel wenn wir den mal umbringen oder wer spielt denn hier propaganda oder war das der muizin ich weiß es nicht so jetzt kommt der kernel der muss jetzt leider ne er wird es doch auf hinaus will nur ein toter kernel ist ein guter kernel oh hallo leute das war jetzt so nicht gedacht das war wirklich so nicht geplant verdammt ich muss direkt an den baum los oh 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 boah da kommen sie aber jetzt ganz schön das war das war so nicht gedacht nein das war so wirklich nicht gedacht so schauen wir erstmal hier ob die da jetzt ankommen so da unten sind sie da rechts sind sie auch da hinter mir die muss ich leider jetzt einfach so abballern den kann ich hier nichts lustiges machen aber da unten steht ein auto da könnte ich mich mal da würde ich gerne mal einsteigen da würde ich gerne mal einsteigen so dann könnte ich da vielleicht ein paar leute dran heften das ist schon ganz kaputt hier die karre ich steig mal aus fuck ich bin tot ok das war jetzt keine so gute idee ne das war jetzt eher fail Mist jetzt bin ich wieder bei den Ula boys oder ne das war nicht gut das war nicht gut das hat auch keinen spaß gemacht jetzt also ich brauche gleich irgendwie ein Gefährt womit ich sie dann irgendwie platt machen kann irgendwas krasses also es war auch ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen ein Versehen ich wollte mich nicht da zu diesem Typen hinziehen hey Scorpio steigen sie ein ja ok ich steig mal ein ach jetzt muss ich fahren oder was dann fahre ich halt wo fahren wir hin Junge ich würde aber gerne nur bei jemandem mitfahren da vorne ist eine Tanke ja da war doch das Flugzeug ach so das steht nur da wenn man den Rennmodus aktiviert hat oder was ach das ist doch arschig ich will jetzt ein Flugzeug haben ich will jetzt ein Flugzeug haben ja genau das wollte ich so kann ich eigentlich hier sehr schön gelandet hey hier rein Scorpio na komm schon ja das geht irgendwie nicht oder oh komm schon bewegt dich du blöde Tonne ja Mann man merkt die sehr unglaublich nein so Tonne hier lang ich muss dich doch an das Auto dran heften so und los geht's mal ganz vorsichtig hier die Tonne mitziehen mal ganz vorsichtig hier die Tonne mitziehen ja nicht dass sie dann irgendwie abfällt oder sowas ja wir machen Ärger auf jeden Fall ach Mist fast ich dachte dass es beim Auffall explodiert Mist 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 hatte ich mir anders vorgestellt oh haha Entschuldigung na sie Entschuldigung oh jetzt hab ich ihn auch noch rüberfahren ja wer sind wir denn? wir haben Kampfhandlungen in diesem Sektor ohne Verzögerung sofort eingreifen ach jetzt häng ich das Auto da dran naja das ist jetzt nur ungefähr das was ich wollte können wir das wieder aufstellen Junge? kriegst das hin? alter kannst du das wieder aufstellen? oh wohl nicht wir nehmen das hier Ja was in der Luft abgeschossene Typen Aaaah ja das hat er in der Luft abgeschossene Typen oh schade nein ich drücke immer die Leertaste für Pech für dich, Kompadre Hat er denn jetzt gefahren? Was zur Hölle? Aber noch scheint er zu leben Was passiert eigentlich, wenn ich den so ganz langsam hinter mir her schleifen lasse? Wenn ein anderes Auto kommt, fährt den Leute einfach drauf Hey, der bremst Ist das interessant? Oh Ups Was? 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 Ich muss da wohl das kleine Blümchen da rauf kommen Ja, was nu? Scorpio, was ist los? Kann er nicht Motorrad fahren oder was? Scorpio, Scorpio, da hätte ich mir anderes erwartet So, dann fesen wir mal her, da ist doch die Botanik Ohoho Oh, das hat ja sauber geblutet War es meinem Blut? Kann ich nicht glauben, oder? Ja So, jetzt stellen wir mal auf die andere Seite Gibt's hier Boote Wissen Sie, dass es da rot ist, was in dem Baum da hängt? Man weiß es nicht Ah, da hinten ist ein Boot Kommt das in meine Richtung? Ja Wollen wir uns mal versuchen, den Damm zu heften Hallo Wir haben hier Feindaktivität Schickt alle verfügbaren Einheiten Äh, fährt der jetzt mit mir hier an Land, oder was? Ich kann das gar nicht an dem festmachen Er hat nicht an seinem... Hack! Was? Zieh da raus! Sehr gut! Die zielen raus! Jetzt habe ich die zwei Boote aneinander gekettet Und mein Boot ist irgendwie auf Grund gelaufen Verdammt! Das war ein Mist aber auch Äh, jetzt würde ich mal hier gerne an das Schütz gehen Wie kann ich jetzt an das Geschütz? Achso, alt Was? Hä? Egal Wo seid ihr denn, Leute? Ah, da ist irgendwie... Ah, da ist der Colonel Was sind das? Sind das Ruderboote? Wollen die mich echt verarschen hier, oder was? Ach, die schwimmen da Ja? Die schwommen da Schwimmen da nur noch Leichen Ok, Vögel abschießen kann ich anscheinend nicht Achso, gucken wir mal wo wir hier gelandet sind Äh, was denn wo denn? Ah, da Tja Tja, von wegen, er sieht mich Ich hatte ihn nämlich viel früher gesehen, als er mich Ja, Leute, was macht ihr denn da? Wow, Leute, Schwede Steh mal schneller auf, Skorpio, echt Du brauchst doch mal ziemlich lange, bis du aufstehst Hör mir zu, Skorpio Ok Ich kann dir helfen, deine Waffen und Fahrzeuge aufzumotzen Ja, das wäre geil Habe ich gerade geil gesagt? Drogenabwurf, oh, hallo Was ist denn ein Drogenabwurf? Und was ist das mit seiner Aktion? Er wollte meine Waffen aufmotzen? Davon sehe ich aber nichts Achso, ich wollte noch diesen Colonel da in die ewigen Jagdgründe schicken Michelle-Auf Uffringl Woah Da geht's ihm ganz schön heavy ab da Ich brauche Deckung! Ich gehe rein! Er scheint rein zu gehen Wo rein denn? Ich nehm seineflanke Ich hab doch gar kein Flanke Ich bin doch kein Schwein Boah, die haben alle so extreme Ausrüstung gehabt. Wer schießt der auf mich? Ah, der da. Ja, wo denn? Da drüben ist der Kerl, ne? Tja, Colonel, das war's für dich. Oh, hallo. Tja, Typ, das war's für dich. Die kommt wie gerufen. Ja, das stimmt allerdings. Aber dafür habe ich nur 26 Schuss. Dann werde ich mal... Was werde ich denn da mal machen? Oh, hallo. Moment. Und da ist auch noch eine Hand. Boah. So, ja, das erregelt sich ganz schnell hier, ja? So, und Duda hinten nämlich auch. Die haben hier gar nichts Lustiges, wo ich sie gegen ihn ketteln kann. Das ist nämlich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Oh, da brauche ich wieder meine andere Knarre her. Da haben wir ein Sturmgewehr. Da haben wir ein Sturmgewehr. Nein, das da. So. Ja, wie viel sind denn das hier? Ist ja unglaublich. Okay, da ist irgendwie keiner. Ah, da hinten. Hallo. Oh Mist, das ging mir so schnell. Ich finde das schade, dass man nicht während der Fahrt den Enterhaken benutzen kann irgendwie. Okay. Das finde ich wirklich sehr schade. Ich bräuchte irgendeine Waffe mit mehr Zerstörungskraft. Wer schießt da auf mich? Wer kann das wagen? Ja. Stirb man. Stirb, 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 stirb. Also entweder ich schieß so schlecht oder ich weiß auch nicht. Hallo. Ja, das war super. Ne, das werde ich wohl nicht gebrauchen. Aber da wollte ich doch hoch. Und da gibt es noch jede Menge Waffen und Zeug. Und Upgrades. Und wenn der Hubschrauber da schießen kann, dann könnte ich ja rein theoretisch damit... Ah ja, da sieht aus, es hat ja Waffen. Ja, ach Quatsch. Umgehend gefunden werden. Was ist das? Raketen, sehr gut. Oh, die schießen auf mich, oder was? Oh fuck. Da waren die aber schneller als ich. Erstmal ein bisschen hier ausweiten. Ja, ja. Jetzt machen wir hier erstmal alles kaputt, was da oben so rumliegt. Oh fuck, ah, da ist diese Raketen-Abstitution. Boah, und da senden sie auch schon... Oh, Mist, ey. Na, hat nicht ganz gereicht. Hat nicht ganz gereicht. Hat nicht ganz gereicht. Aber im nächsten Mal vielleicht, ne? Wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Im kingosed.